Ja, ein herzliches Willkommen zurück zum neuen Let's Play Happy Wheels Teil. Es gab wieder viele Wünsche von euch, vielen Dank dafür. Und wir fangen auch sofort mit dem ersten an, und zwar ein Wunsch von Jason Moon. Mit dem Namen Balls Row I von Shiki74. Okay, machen wir das mal. Und da haben wir es auch sofort. Ich habe es in der Suche eingetippt schon mal. Balls Row I. Dann starten wir mal hier, ne? So. Ah ja, die Petra. Die Petra müssen wir also abwärts. Chip! Komm schon. Du zerstückel. Tu es für deine Kinder. Ach, verdammt, das war doof. Okay, ich sag mal, das Ziel ist es, das Ziel hier zu... Oh, komm schon. Mensch. Sie will Rohengst. Jetzt tun sie doch nicht so, als sollten sie nicht werfen. Ich bin zwar tot, aber wieso kann ich doch reden? Boah. Huah. Verdammt. Mehr. Geht doch. Äh. Komm, spiel mal für mich kreisenden Igel. Sehr schön. Huah. Ach, verdammt. Oh, oh, oh. Gefährlich. Oh, gefährlich. Das war gefährlich. Huah. Ach, Mann. Tja. Da hast du wohl überlebt. Nein, nicht ganz, aber... Ich wollte mehr Punkte erzielen. Okay. Das war das erste Level. Das war schon mal ein guter Anfang. Jetzt ein Wunsch mal wieder von Mr. Superstriker, der total viele Wünsche geäußert hat, was ich richtig gut finde, weil damit kann man wirklich mindestens drei Folgen füllen. Aber wir wollen ja nicht nur von Mr. Superstriker die Wünsche erfüllen, sondern auch von allen anderen. Deshalb machen wir aber trotzdem jetzt eins von Superstriker. Und zwar soll ich wünschen, Easter von The Hooch. Oder Hooch. Oder so. Hooch. Ist das richtig geschrieben? Ja, so hat er es geschrieben. Ähm. Easter, Easter, Easter. Easter, Easter, Easter. Komm schon, zeig dein Easter, du Easter. Da. Oh, passt ja. Wir hatten ja Easter, äh, Easter. Was? Okay. Oh, es war ein schöner Tag heute. Oh, verdammt. Was muss man denn machen? Wow. Wow. Wuhu. Ach du Kindchen. Oh. Jump over Pink Blocks with Space. Aha. Okay, okay. Nach oben drücken, Space drücken. Dann geht's los. Na. Also wir müssen den Oster-Dingen hier spielen. Wie geht sowas? Los, flieg Oster-Mann. Perverser Ostermann. Pädophiler Ostermann. Achtung. Fuh. Das schaffst du. Du kannst sogar fliegen. Mit der epischen Mucke. Egal. Wir müssen auf dem Boden sein. Ach, ich bin der Ostermann. Ich suche kleine Kinder, die ich verspeisen kann. La 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 la. Da. Da. Rüberspringen. Weg. Ah, da ist ja ein Kind. Oh, wollte nicht. Schade. Willst du nicht mal einen richtigen Hasen sehen? Komm schon. Rüberspringen. Ja. Ja. Was, was, was. Wie ist das gemacht? Wieso kann man hier mit Leertaste springen? Ähm. Oh. Oh. Cool. Oh. Fuh. Ich muss hier weg. So wahrscheinlich sterbe ich sonst. Frohe Ostern. Oder so. Ah. Ah. Ich muss nach unten. Weg da, ihr Ostereier. Hüah. Nein. Ich muss nach unten. Äh. Ah. Fast da. Yes. Wie geht das? Geil gemacht. Auf jeden Fall. Dann ist da ein Wunsch von... Den X-Darksider. Der X-Darksider hat nun nicht seine eigene Strecke gewünscht. Und ich sollte mal eine Kritik dazu äußern. Ich sollte ihn nicht zu hart rannehmen. Hat er gewünscht. Aber das kann er sich hinter die Ohren nicht kniffen. Ich werde ordentliche Kritiken abgeben. Und es handelt sich aber um seine erste Strecke. Seinen ersten Obstickel. Oh mein Gott. Was geht denn hier sofort ab? Ah. Kind. Au. 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 Puh. Fängt doch gut an. Bleh. Au. Okay. Okay. Hier muss man... Hier muss man also... Springen. So. Au. 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 Wer geht jetzt? Ich muss in euch. Yes. Oh. Oh. Kind. Du versperrst hier den Weg. Okay. Hier rüber. Dann. Okay. 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 Yeah. Gewonnen. Okay. Das war jetzt für den Start nicht schlecht. Ähm. Ich finde, das hätte noch eindeutig länger sein können. Viel mehr Chaos und viel brutaler. Aber die Sterbenchancen hier sind schon mal gut. Wie man so schön gesehen hat. Okay. Wir machen jetzt mal wieder ein Junge. Junge. Genau. Wir machen ein Junge von Mr. Superstriker mal wieder. Er hat sich... Domino von... Dice Guy. Ne. DJ... Leerzeichen SK8. Genau. Also DJ Leerzeichen SK8. Also ein Level First Obstacle Kurs länger. Gut. Vielleicht noch eine Szenarie ausdenken. Also nicht nur einfach blau lassen und dass man dann darüber fährt. Sondern auch mal so einen Hintergrund einfallen lassen. Ein paar Bäumchen zeichnen, dass man zum Beispiel im Park unterwegs ist oder so. Da passiert so eine Scheiße. Das kommt richtig gut. Sonst... Super. Sonst ist das echt gut. So. Domino. Okay. Ah. Hier. 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 Guckt hier. Hier. Da. Zack. Wir lassen mal die epische Musik währenddessen spielen. Wie genial war das denn jetzt? Oh oh. Äh. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ich glaube nicht. Oder? Ich habe überlebt. 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 Nein. Nein. Oh Gott. Puh. Witzig. Witzig. Hier haben wir dann noch einen. Da habe ich ein Fail letztes Mal gemacht. Das war wohl anders. Also ein anderes Level. Das mit Disco Spears Throw. Das war dann nicht so das Richtige. Sondern von Sickle Disco. Äh. Disco Spears Throw. Da haben wir es doch. Oh. Ja. Okay. Das sieht wirklich anders aus. Hier. Weihnachtsmann. Verdammt. Huah. Okay. Einen habe ich getroffen. Oh oh. Huah. He 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 he. Ja. Hä? Hä? Getroffen. Und dann der... Oh. Aha. Und der nächste bitte. Das war gut. Ja. Headshot. Ja. Runter mit euch. Ihr Schweine. Schmeckt das. Oh. Ich wollte doch noch in Rente gehen. Verdammt. Du da. Eieiei. Ich wollte doch Kinder kriegen. Oh. Verdammt. Na ja. Da kam keiner mehr. Ah. Da ist er wieder. Ich habe... Meine... Meine verloren. Huah. Volltreffer. Nächsten. Nächsten. Ich muss hier ran. Ich muss hier ran. Huah. Ihr blöden Speere. Ich komme nicht ran. Ich komme echt nicht an die Speere ran. Wie zollt denn das? Nochmal. Ah. Oh. Nein. Nein. Oh Gott. Alle Beine. Oh. Nein. Oh. Diese Schmerzen. Ah. Ich wollte doch nur ein bisschen Freizeit genießen. Nein. 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 Ich komme zu dir. Nein. Wow. Hier ist aber ziemlich viel Chaos, gell? Ich versuche mal alle abzuschießen. Weihnachtsmann als erstes. Du als nächstes. Und jetzt du. Und jetzt du. Verdammt. Jetzt du. Verdammt. Huah. Ah. Schon wieder die Eier. Das ist doch nicht wahr. Ha. Volltreffer. Oh. Ja. Sehr schön. Der Nächste. Indianer Jones. Petra. Nein. Tim. Ach. Verdammt. Huah. Los. Reiß alle in den Tod. Mist. Das war nur einer. Na gut. Versuchen wir die Melone. Andere Seite. Feuer. Oh oh. Nein. Oh oh. Au. Au. Tod. So viele Speere. Viel zu viele. Machen wir sie von am Anfang. Sterbt alle. Und jetzt die Kanone. Die gefährliche. Kommt sie nach unten. Ich duck mich mal lieber. Ha. 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 Weg damit. Hm. Ich bin froh, dass ich die Pino 4 bin und keine Kinder haben will. Zitat von Indiana Jones 2. Huah. Ja. Oh verdammt. Nächste. Komm schon. Dicke Frau. Ha. Getroffen. Okay. Die Nächsten. Drei. Zwei. Eins. Huah. Ich hab keinen getroffen. Das ist doch mies. Und die letzten drei bekomm ich wieder nicht. Oh. Ich hab schon wieder meine Beine verloren. Ha. Ha. Ich will an meine Speere, Mann. Mann. Okay. Ähm. Hm. Ja. Ich. Ui. Ah. Mann, ey. Verdammt. Kommt er nicht ran. Naja. Okay. Dann. War's das auch wieder für heute. Jetzt machen wir einfach mal wieder dieses Random Ding. Gehen einfach mal wieder auf Everyone. In the time. Newest all. Ne. Nicht newest. Playcount. Gehen auf Seite. Hm. Was sagen wir? Ach. Pipa. Popa. Palapa. Die Zahl, die jetzt springt, ist das Level da. Mad Evil Jerk 4. Okay. Was ist das? Ach. Du Scheiße. Yeah. Wie cool. Ich sag nur. Ritter der Kokosnuss. Ach so. Vielleicht sollte man. Oh. Äh. Loslassen. Mhm. Sehr schön. Ich sag nur. Ja. Äh. Wenn wir jetzt den Hasen gebaut haben, dann sollen wir jetzt reinspringen. Und oh mein Gott. Attacke. Ich komm hier nicht vorbei. Ich bin tot. Verdammt. Nochmal. Höah. Los Hase. Bring mich zum Sieg. Yippie da dey. Wir müssen diesen Kampf gewinnen. Sind wir schon da? Nein. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab solch eine Angst. Juhu. Ich hab's geschafft. Ja und jetzt? Wie das war's schon? Ach so. Ne. Man muss sich festhalten. Ah. Oh oh. Das wird heiß. Okay. Doch nicht. Ich muss mich festhalten. Hi. Juhu. Ich bin zwar nicht Tarsan. Aber ich weiß nicht, wovon ich in der Burg hochgezogen werde. Das ist mir aber egal. Ich wollte eigentlich nur diese Burg erobern als Bürotyp. Loslassen und wovon festhalten wieder. Mhm. Ja. Es geht höher. 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 Ich bin Superman. Dü 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 dü. Und wieder festhalten. Oh 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 oh. Okay. Gut ausgewichen. Wir müssen hier irgendwie dran vorbei. Los. Ich will zu Prinzessin. Und den König will ich abschlachten. Mua. Ich hasse meinen Droger. Deshalb tue ich das. Aus Frust. Los lassen. Au. 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 Bin wieder Superman. Ich hab keine Arme mehr. Ja. Los. Flieg. Nein. Nein. Warum? Warum? Nein. So eine Scheiße. 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 Nochmal. Ich habe gehört. Johnny wollte hier. Die Burg erobern. Ich versuch's jetzt mal. Er ist irgendwie dran gescheitert. Was ne Graube. Los. Los Hase. Los. Du Ritter der Kokosnuss verschnitt. In Wahrheit bin ich ja eigentlich James Clark. Also Superman. Jetzt muss man warten, bis er sich festgehalten hat. Los. Flieg von dann. Erstmal bin ich Tatsam. Danach Superman. Und da hängen wir den ganzen Tag ab. Ich bin der Tatsam. Und hier muss ich loslassen. Aber noch nicht. Erst jetzt. Na. Oh. Das war. Oh. Oh. Das war ganz schön knapp. Was ist das ein schilliger Tag heute. Da kann man ja ordentlich hier. Schön. Ich bin. Ich bin nur Superman. Auch wenn ich andersrum fliege. Ich bin halt der andere Superman. Der andersrum Superman. Oh Gott. Oh oh. Ich habe euch. Auch. Ausgewischen. Weißt du. Ha 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 ha. Das was der Peter schon kann. Kann ich schon lange. Ich meinte den Johnny. Warum nenne ich ihn jetzt den Peter. Obwohl er den Johnny ist. Ich muss ihn loslassen. Oder? Ja. Oh Gott. Also jetzt will ich Superman sein. Oh. Ich sag doch. Ich kann das. Wenn das Ding mal starten würde. Ah ja. Jetzt startet es. Oh. Das war aber ganz schön schnell. Mhm. Mhm. Ja. Es geht nach oben. Natürlich. So was sieht man in jeder Burg. Ich glaube. Jetzt gleich geht es. Weiter. Oh. Okay. Oh. Nicht am Boden entlang rapschen. Stirb. Ah. Lasst euch diese wunderschöne Musik in den Ohren erklingen. Während ich hier runterschwinge. Loslassen. Ich bin Superman. Au. Ich halte mich mal lieber fest. Stirb. Du. Zipfelklatscher. Ähm. Bewegt sich das Ding gerade langsamer wegen dem Typen? Ich glaube nicht, oder? Hey. Ich habe gewonnen. Juhu. Und dann sind wir wieder. Joa, Leute. Das war ja mal ein, äh, äh, chilliges Level. Und, äh, damit sage ich mal. Tschüss. Bis zur nächsten Folge, ne? Denkt dran. Schickt mir eure Levelwünsche. Ich werde sie immer erfüllen. Immer. Irgendwann. Bis zum nächsten Mal. Hallo ja. Ciao.